Moin Moin Leute, ich bin's wieder, euer Panda. Ja, so, was gibt's heute? Ja, etwas was ich überhaupt nicht kenne. Also ich, die Band ist mir jetzt überhaupt kein Begriff. Ich hab da mal ganz kurz vor längerer Zeit mal reingeguckt. Ich glaub in das Originallied, ja, in das Originallied, nicht in den Remix. Die Band heißt Otgo, mit dem Titel This OP. Das ist ein Sardonic Remix. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant da aus. Gucken wir einfach mal rein. Feuer frei. Das ist ein Sardonic Remix. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Interessant, ne? Wie findet ihr den Song oder die Musik? Ist das was für euch? Eher nicht. Ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam. Mal was anderes. Aber auf Dauer wäre das jetzt nichts für mich. Aber war auf jeden Fall nur spannend. Auf jeden Fall gefetzt. Und ich fette es jetzt mal los. Und bis zum nächsten Mal. Euer Pember.